Hallo, mein Name ist Nina und ich leite seit Juni 2019 die Personalabteilung hier bei Kremmer IT. Zu meiner Hauptaufgabe gehört unter anderem für unsere Mitarbeiter stets ein offenes Ohr zu haben, sowie ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sowohl in beruflichen als auch in privaten Belangen. Aber auch die Durchführung von Personalprojekten sowie die Zusammenarbeit mit unseren Führungskräften macht einen großen Teil meiner Arbeit aus. Gerade habe ich mit Michael Krämer verschiedene Personalthemen besprochen, denn ein offener Austausch auf allen Ebenen wird bei uns im Unternehmen großgeschrieben. Zusammen mit meinen Mädels aus der Personalabteilung sind wir für rund 160 Mitarbeiter zuständig, die auf insgesamt drei Standorte verteilt sind. Durch die zwei Standorte in Äppelborn, unter anderem hier in der Kosmannschule und den Standort im Landheim in Wiesbach sind meine Mädels und ich eigentlich immer woanders zu finden. Aber jetzt stelle ich euch erst einmal mein Team vor und die jeweiligen Aufgabenfelder. Kommt mal mit! Hallo, mein Name ist Marike. Ich bin hier bei Krämer IT als Personalentwicklerin tätig. Als Ansprechpartnerin für unsere Kollegen vor Ort wechsle ich oft zwischen den Standorten. Gerade bin ich hier im Personalbüro im Landheim und bereite den Workshop zum Kennenlernen für unsere neuen Azubis vor. Manchmal treffe ich mich aber auch hier mit unseren Führungskräften, um dann gemeinsam Beispiele aus deren Führungsalltag zu besprechen und neue Themen inhaltlich zu erarbeiten. Hallo, hier bin ich! Gerade bin ich hier im Besprechungsraum und warte auf mein nächstes Entwicklungsgespräch. Davon habe ich 160 im Jahr. Diese müssen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden, damit wir dann gemeinsam eine individuelle Entwicklungsperspektive erarbeiten können. Bei 160 Terminen bin ich ganz schön froh bei meinem tolles Team, was mit mir hier Hand in Hand arbeitet. Wie beispielsweise Katrin. Aber was sie macht, kann sie euch ja selber sagen. In diesem Sinne, ciao Kakao! Hi, mein Name ist Katrin. Ich bin bei uns in der Abteilung zuständig für die Mitarbeiter ein- und Austritte, dass sie einfach glatt laufen. Außerdem mache ich die vorbereitende Lohnabrechnung. Das heißt, ich stehe im engen Kontakt mit der abrechnenden Steuerberaterin und schaue einfach, dass am Ende des Monats jeder das richtige Gehalt erhält. Im Zuge dessen erstelle ich auch die Vertragsänderungen. Und dieses und auch andere Dokumente müssen von jedem Mitarbeiter natürlich nochmal unterzeichnet werden. Und zu dieser Sporteinheit würde ich euch einmal gerne mitnehmen. Nebeneffekt meiner Tätigkeit ist, dass ich ganz oft mit den Adressen und Geburtsdaten zum Beispiel der Mitarbeiter in Kontakt trete. Und ganz oft fragen mich dann meine Kolleginnen hier aus dem Team einfach, wenn sie irgendeine Info brauchen, anstatt im System nachzuschauen. Katrin, wo dann eigentlich alles in Appleborn? Das ist eine gute Frage. In Appleborn wohnen ca. 26% aller Mitarbeiter hier. Na gut, dann schauen wir uns mal lieber an, was unsere Kollegin Jacqueline jetzt macht. Hi, ich bin Jacqueline und bei uns für das Bewerbermanagement sowie unsere Azubis zuständig. Uns ist es wichtig, dass unsere Azubis gerade in der Anfangszeit eng betreut werden. Daher starten alle Azubis im ersten Ausbildungsjahr in der Werkstatt. Und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Kommt doch mal mit! Hier starten unsere Azubis im ersten Ausbildungsjahr, bevor sie in die jeweiligen Teams wechseln. Um immer genügend Nachwuchskräfte zu finden, fördern wir auch schon jüngeren Generationen. Und hier geben wir verschiedenen Klassenprogrammierkurse. Aber nun wollen wir doch mal sehen, welche Aufgaben unser Küken Martina bei unserem Personalteam hat. Hallo, ich bin Martina. Ich bin zwar das Küken, geht mal nach der Betriebszugehörigkeit. Aber eigentlich bin ich eher die Küken-Mama hier bei uns im Team. Ich kümmere mich um das Organisatorische, wenn es um Mitarbeiterschulungen geht. Bearbeite eure Schulungsanfragen, buche eure Schulungen und versorge euch mit den notwendigen Informationen. Außerdem unterstütze ich Marieke in der Personalentwicklung. Hierbei bereite ich Entwicklungsgespräche vor und nach und terminiere diese. Dabei motiviere ich mich und meine Kolleginnen mit Süßigkeiten. Oft findet ihr mich auch im Besprechungsraum. Kommt doch einfach mal mit! Hier ziehen wir uns mit Mitarbeitern zurück, wenn wir mit ihnen über ihre zukünftige Perspektive bei uns sprechen wollen. Aber jetzt zurück ins Personalbüro. Und jetzt ist Zeit für unser Team-Meeting. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick darin erhalten, was Personalarbeit für mich und mein Team bedeutet. Nämlich immer offene Türen für unsere Mitarbeiter. Wenn doch mal die Türen zu sind! Wir haben immer noch Fenster!